Ja, hallo Leute, kurz zum folgenden Video. Das Video ist entstanden beim MP3-Zocken in 2&2 mit einem Kollegen von mir und da war so ein aufmerksamkeitsbedürftiger Spieler mit uns drin und der wollte dann unbedingt nachher gegen meinen Kollegen ein One-on-One machen und ja, das hat er dann auch bekommen, das One-on-One. Ihr seht ihr im nachfolgenden Video, was dabei rausgekommen ist. Zu sagen ist, mein Kollege ist in dem Falle Alfred J. Quack und der andere ist Fabio, keine Ahnung, was dahinter statt, habe ich vergessen. Ist auch nicht so wichtig, aber auf jeden Fall viel Spaß beim folgenden Video. Alles nur mit Musik, ohne Quatsche und so weiter. Also, viel Spaß. Feigende Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.